ein herzliches willkommen zurück zur liga und zum zweiten die spiel für beide mannschaften mit dabei der fangema grüß sich ja schirmgratz erringt dann unentschieden matthewsburg verlor gegen hartberg ja zweite runde ja mittendrin mittendrin und weil ihr euch wundert dass in der zweiten runde wenig spiele waren die spiele gegeneinander die werden ja nicht gezeigt es wurde ja alles wirklich offiziell ausgelost darum seht ihr manchmal jetzt zum beispiel doppelt zum bestimmten graz manche habt ihr noch nicht gesehen dafür spielen die dann zum schluss öfters in der rückrunde ja aber freust du dich auch schon auf die zweite liga die ja auch dann bald eigentlich in fahrt kommt ja ab welcher runde ist es denn dann so weit dritten doch ab der dritten ok ja da wird es dann noch interessanter aber ich glaube nach der fünften runde legen wir noch mal eins drauf vom interessant her das heißt es ist abwechslung geboten ja manche werden wahrscheinlich fragen wieso erst in der fünften runde wir haben das so getimt dass es sich im ausgeht dass die entscheidungen spannend bleiben wer absteigt wer aufsteigt dass das ganze dann zeitnah zu sehen ist sage ich mal genau und auch dass die abstände zwischen dem pokal spielen nicht zu lange ist zum beispiel findet ihr eben nach der 22 runde ist quasi der abschluss der saison genau als letztes mensch ausklang quasi schon kalten also kalten schön gedrängt das war auch ein schöner pass den hat er verloren ja ein sehr kampfbetontes schnelles spiel von beiden mannschaften der ist gefährlich der ist ja gefährlich ja der spielt wirklich mit das ist ein laufmonster der ist vorne und hinten lässt sich anspielen ja schön das war wichtig das war der schuss das war der schuss ich weiß nicht das kannst du auch besser das ist ein wahnsinnig ich stehe auf dem handel leider Rosina ja bleibt zauern hängen jetzt aber auch schön und läuft der kommentator immer noch bei dir ja rauf und rumpf rauf und rumpf rauf und rumpf ah rauf und rumpf rauf und rumpf rauf schon richtig Das könnte schön rot geben. Ja. Das ist meistens so eine Geste, wenn es so eine Rudelbildung ist. Ja. 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 Na gut, dann machen wir das so. Cash-Bomber. Ja. Oh. Ja. 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 Nein! Nein! Habe gesehen, wie der hochsteigt, was da drüber geht. Aber schöne Hosen auch. Da hätte ich ihn annehmen müssen. Aber das war... Reflexion. Ja. Boah. Oh, oh. Boah. Die Frage, ist es jetzt oder ist es nicht? Nein. Oh, oh. Oh. Also plötzlich bei mir steht es nicht, ob er verletzt ist oder nicht. So. Zweite Halbzeit. Gegen zehn Matersburger. Da war ich ein bisschen rasch. Oh, das war schön gespielt. Ja, vielleicht klaucht der Sturm auf. Ja, Martensburg. In der Oeserliga am Relegationsplatz gelandet. Jetzt hier im Ernstfall... Könnte es ähnlich aussehen. Ich weiß jetzt gar nicht an welcher Stelle sie sind. Ich glaube 7. Uh. Ja, bei einer 12er Liga eh noch in Ordnung. Darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ja keine Zehner mehr. Genau. Es sind jetzt zwei Mannschaften mehr. Oh, das war schön. Auch rauskratzt. Oh. Zickhoff. Muss nur sein. Oh, das ist... Das ist... ... ... Oh, das war noch außerhalb. Ja, das war außerhalb, ja. Oh! Ja, aber jetzt muss jemand aufpassen. Das habe ich noch nicht geschafft. Platzverweis. Mit dem Goalie. Mit dem Goalie. Mit dem Goalie. Das war's für heute. Das war natürlich keiner gut nach. Oh, das war schon abgefahren. Ja, man muss aber sagen, aus ist das Spiel noch nicht. Nein, noch geht's 20 Minuten. Oh, wir haben nach Martersburg. Kommt, du hast du Chancen. Oh, mein Kopf, echt. Oh, mein Kopf! Oh, mein Kopf! Oh, mein Kopf! Oh, schade. Oh, das macht ganz schwach, das ist süß. Oh, man hat keine Kontrolle mehr. Oh, man hat keine Kontrolle mehr. Oh, das wird nicht so schnell. Oh, man, ihr Spielzeug. Oh, man hat keine Kontrolle mehr. Oh, man hat keine Kontrolle mehr. Und wieder mal. Da ist noch 1.0, was gefahren ist. Fünf Versuche, ein Tor. Na, was ist mit den Helots? Das dauert jetzt ein bisschen länger, bis sie in die Kabine gehen. So. Ja, Husina, der erste Versuch. Ja, sehr stark auf jeden Fall. Ja, ich will sogar sagen, er war aktiver Eis Rebic. Dann da schön. Von beiden. Ja, unglücklich abgewehrt. Verdient. Hier sieht man, wie Kerschbaum vom Feld geschickt wird. Da hat er hier dann leider nicht gut angenommen im Kopf. Ja, bis dato noch von Matersburg die Chancenmangelware. Ja, ich will. Dann der Husina. Und Schul. Ja, da steigt der Ball. Man sieht es ganz langsam in die Höhe. Und geht da durch über die Latte. Okay, wir karten für Zirkof. Wir karten für Simon. Okay. Ich sehe noch ganz viel keiner, aber... Ja, dass man endlich auch mal was von mir sieht. Sehr schön Latte. Buck. Das ist uncool. Ich hatte ehrlich mehr Chancen. Übergezeckte Sturm. Nur Sturm Chancen, euer. Na gut, Leute. Na gut, Leute. Ja, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann noch rein. Ciao. Ciao. So,